Umgang mit Ungebührlichkeit Es kann sein, dass dich jemand nicht mit dem Respekt behandelt, der dir gebührt. Das klügste Weise wäre, ignoriere das. Du brauchst nicht darauf zu bestehen, dass jemand dich ihr gegenüber gebührlich verhält. Am klügsten ist, du ignorierst die Ungebührlichkeit. Das ist die beste Weise, deine Würde zu bewahren.